Sie singen uns das Lied mit dem Titel »Eine Melodie«, geschrieben von Emil Warrimann und die Musik von Seth Sturin. Der dirigente Stab schwingt durch die Kurve. So, wir wollen jetzt noch hören, ob diese Melodie auch noch einen Text hat. Nach der dritten Strophe kommt noch eine kleine Hand zur Information aus der Nikolatikatsche. Viel Vergnügen mit dem Jahrhundert Sonnensitel. Applaus 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 Amen. 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 Amen.